Kann man als normaler Typ über Online-Dating seine Partnerin finden, auch wenn man kein Aufreißer, kein Adonis und kein Angebertyp ist. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Tipp Nummer 1, du brauchst eine gute Profilgestaltung, das heißt aussagekräftige Fotos und eine gute Profilbeschreibung. Ohne diese zwei Dinge kannst du es vergessen, dass du gute Matches kriegst, dass du viele Matches kriegst. Das ist absolute Grundvoraussetzung und da werden wir jetzt noch näher darauf eingehen. Aber wenn du ein gutes Profil aufbaust, dann musst du keine 1,90 groß, durchtrainiert, der schönste, bestaussehendste Adonis, Aufreißer, Sunnyboy, Surferboy dieser Welt sein. Dann kriegst du mit ganz normalen, hübschen Mädels, die auch treu, ehrlich, verlässlich, bodenständig sind, Matches, egal ob auf Tinder, auf Bumble, auf Lobo, auf Facebook-Dating, auf Parship. Das ist vollkommen egal, in welchen Teich du dann fischen gehst, wenn das Profil passt, wirst du Matches kriegen. Und das ist eine gute Nachricht an alle, die glauben, dass nur die 20% der bestaussehendsten Männer da draußen alle Matches kriegen. Der zweite Tipp, baue dein Profil auf 4 bis maximal 5 Bildern auf. Je mehr Bilder du hast, desto mehr kann man missinterpretieren oder falsch verstehen. Du solltest 2 Bilder von dir haben, die brandaktuell sind, wo man dich gut gestylt in einem Dating-Outfit sieht, also so wie du auch eine Frau abends auf einen Cocktail einladen würdest, so würde ich 2 Bilder machen und 1 bis 2 bis 3 Freizeitfotos, also Freizeitfotos von dir bei... Du mit einer Partnerin teilen kannst. Wandern gehen, Skifahren, Kaffee trinken, Urlaubsbild am Strand, bei den Bergen, solche Bilder sind super, die kommen hervorragend an, wenn die gut aufgenommen sind, gleich doppelt und dreifach. Also 2 Bilder, hochwertiges Date-Outfit, wie das aussehen kann, blenden wir jetzt mal kurz ein. 2 Bilder in einer attraktiven Pose oder in einem Hobby, was du machst, in einer Freizeitgestaltung, die auch Frauen gut finden. Nächster Tipp, du brauchst eine gute Profilbeschreibung. Die sind genauso wichtig wie die Bilder. Nur weil du als Mann nur auf die Fotos von einer Frau schaust, heißt das nicht, dass Frauen das nicht anschauen. Frauen machen sich ein dreidimensionales Bild. Bilder sind wichtig, erster Anstoßpunkt und dann lesen sie sich die Beschreibungen durch. Und da kannst du nochmal ganz, ganz viel rausholen. Aber die meisten Männer, vor allem die, die sich bei uns melden, die sind da sehr, sehr unkreativ, wissen nicht, ja, was schreibe ich da jetzt über mich selber, wie vermarkte ich mich da gut. Aber das brauchst du, weil stell dir vor, du willst ein Produkt online kaufen und es hat keine Produktbeschreibung. Für wen ist das, warum ist das Produkt gut, warum sollte man es kaufen? Wenn da keine Produktbeschreibung ist, würden es die meisten Menschen einfach nicht kaufen. Deswegen, überleg dir eine gute Profilbeschreibung. Da sollte drin sein, was eine Frau mit dir erleben kann, was dich attraktiv macht für eine Frau und drittens, was deine Zukunftsvorstellung ist mit einer Frau. Alles positiv formuliert und so, dass es eine Frau gut findet. Du schreibst die Profilbeschreibung nicht für dich, sondern für die Mädels, die das lesen und dir dann ein Like geben sollen. Deswegen, der Köder muss einen Fisch schmecken und nicht dem Angler. Profilbeschreibung, also gehört raus, ich gehe ins Stadion oder irgendwas, was halt Männer interessiert. Ich bin NFL-Fan oder sowas. Ja, schön, wenn es da drin steht, aber das hilft einer Frau halt nicht bei der Entscheidungsfindung, ob sie dich kennenlernen will oder nicht. Profilbeschreibung muss für die Frau geschrieben werden. So, und mit einem guten Profil wirst du mehr und bessere Matches kriegen. Das haben wir bei hunderten Männern, die wir betreut haben, schon gesehen. Auf der anderen Seite, Match bringt dir nichts, wenn du sie dann nicht anschreibst oder falsch anschreibst oder langweilig anschreibst. Die Inbox von einer Frau quillt über mit Nachrichten, deswegen musst du auch da herausstechen. Klar, wenn dein Profil als hochwertiger wahrgenommen wird, wird die dir eher zurückschreiben, als wenn das nicht der Fall ist. Aber du brauchst trotzdem immer noch gute Opener. Ganz schlimm und es sollte in den Köpfen angekommen sein, hey, wie geht's, hey, wie war deine Woche, wie war dein Tag? Darauf antworten Frauen einfach meist nicht mehr, es sei denn, du gefällst dir auf dem Bild so gut, dass ihr alles andere drumherum egal ist. Es reicht auch meist nicht mehr einfach nur zu schreiben, hey, schönes Profilbild, wo warst du denn da am See, im Urlaub oder in den Bergen? Auch das reicht mittlerweile nicht mehr aus. Es soll auf der einen Seite personalisiert sein, deswegen schreib sie mit ihrem Namen an, hi Sandra zum Beispiel. Dann stell eine individuelle Frage auf ihr Profil oder stell eine Aussage auf. Beispielsweise auf einem Foto siehst du sie an einer Alm sitzen, wo sie den Ausblick über die Berglandschaft sich anschaut. Auf einem anderen Foto siehst du sie, wie sie am Meer einen Aperol trinkt, okay? So, jetzt könntest du eine Aussage aufstellen. Hi Sandra, lass mich raten, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher den Aperol am Strand wählen, als das Radler am Berg, richtig? So, jetzt hast du eine Frage gestellt, die auf ihr Profil eingeht, auf der anderen Seite auch leicht zu beantworten ist. Deswegen ist das die nächste wichtige Sache, wenn du eine Frau anschreibst. Wenn du sowas schreibst wie, hey, schön, dass wir Match haben, erzähl mir doch mal was von dir, dann würdest du dich denken, jo, habe ich nicht nötig, 15 andere Typen fragen mich konkretere Fragen, dann schreibe ich lieber denen zurück, wenn deine Profile ungefähr vergleichbar sind oder sie dich als durchschnittlich attraktiv einschätzt, dann schreib die lieber dem zurück, der eine konkretere oder einfache Frage gestellt hat, als denjenigen, der eine langweilige Frage stellt oder der eine Frage stellt, die schwierig zu beantworten ist oder wo sie erstmal in Vorleistung gehen würde. Das machen die Frauen nicht, deswegen, es soll auf der einen Seite kurzweilig sein, auf der anderen Seite auch individuell und im besten Falle noch ein bisschen witzig oder wo ein bisschen Scham dabei ist. Wenn du da mehr Ideen brauchst, dann gerne mal mit uns sprechen. Wir haben da einiges an Opener mittlerweile für unsere Teilnehmer zusammengeschrieben, die wir dir in einer kostenlosen Beratung zum Beispiel mal mitgeben könnten. Der nächste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Du brauchst beim Chatten einen klaren Plan, haben die meisten Männer nicht. Die meisten Männer wissen nicht, wie sie von A nach B kommen. Entweder sie fragen viel zu schnell nach einem Treffen oder gar nicht oder wenn man sich das vorstellen würde, den Chat wie eine Route von A nach B, dann gibt es kein Navi, das den einfachsten Weg oder die schnellste Route zum Ziel führt, sondern man biegt mal da ab, dann biegt man mal da ab, dann biegt man mal da ab, und dann biegt man da ab, 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 am Ende treffen oder telefonieren. Das funktioniert. Erstmal wirst du Aufmerksamkeit erzeugen, das heißt, die soll über deine ersten ein, zwei Nachrichten in den Chat einsteigendes Mädel. Kurzweilig, so wie ich es vorher geschrieben habe, mit einer Aussage, mit einer individuellen Frage, mit einer konkreten Frage, die witzig und charmant ist. So, das ist Punkt Nummer eins. Kriegst du ihre Aufmerksamkeit. Dann erzeugst du Interesse dadurch, dass sie eine Gemeinsamkeit zum Beispiel feststellt. Das können die einfachsten Sachen sein. Ihr mögt beide Hunde, ihr fahrt beide gern dahin in Urlaub, aber meist auch mit einem bisschen Pepp dahinter, dass das Schreiben Spaß macht. So, wenn das Schreiben langweilig ist, wird es nach zwei, drei, vier Nachrichten versanden. Es soll bei ihr Interesse erzeugen und eine Gemeinsamkeit. Hey, der tickt ähnlich wie ich. Wenn das festgestellt ist, leiten wir auf D über AIDA, A Aufmerksamkeit, I Interesse, D Date Überleitung. Hey, wir sollten uns mal zeitnah treffen. Ich glaube nicht, dass du die schlechteste Gesellschaft bist. Das kannst du dann als Date Überleitung machen, um auch hinzuleiten darauf, dass ihr jetzt nicht Brieffreunde werdet, dass ihr nicht ewig chattet, sondern dass man sich mal auch im echten Leben trifft, ohne da großartig jetzt viel Druck aufzubauen. Dann sagt sie, ja, können wir gerne machen. Dann hast du ihr okay eingeholt. So, jetzt A, letzter Punkt, AIDA-Prinzip. A, wir haben die Aufmerksamkeit, wir haben das Interesse hergestellt, wir haben die Date Überleitung gemacht. Jetzt nochmal ein A, Action. Sie hat gesagt, ja, können uns gerne mal treffen. Jetzt schlägst du ihr konkrete Sachen vor, wo sie nur noch Ja oder Nein sagen muss. Dann lass uns doch mal erstmal telefonieren. Manche Frauen wollen das nicht. Manche Frauen wollen sich lieber gleich treffen. Dann schlag ein konkretes Treffen vor und find dann den passenden Zeitpunkt dafür. Das in Kurzform wird dafür sorgen, dass der Chat zielgerichtet ist und dass ihr euch nicht irgendwo verfranst, das auf einmal im Sande verläuft oder ihr gar nie zu dem Punkt kommt, wo es mal zum Treffen kommt. Wenn du eine Frau zwei, dreimal gefragt hast und du hast dieses Prinzip richtig angewandt und die verschiebt es immer wieder, dann wird mir das irgendwann spanisch vorkommen. Also du brauchst definitiv nicht wochenlang mit einer Frau chatten, bis sie sich bereit ist zu treffen. Das ist nicht der Fall. Wenn du dieses AIDA-Prinzip richtig anwendest, wirst du mit ein paar Nachrichten zum Erfolg kommen, dass ihr euch Handynummern austauscht oder euch direkt trefft. Das funktioniert, haben wir schon hunderte Male mit Teilnehmern bei uns bewiesen. So, und der letzte Punkt, wann Online-Dating für dich klappt, ist, wenn du nicht sofort alle deine Hoffnungen auf ein Match legst. Auch wenn sie dir optisch super gefällt, wenn du denkst, wow, die Bilder, die hauen mich um. Das sind nur Bilder und es ist nur Chat. Wenn du dann aufhörst, neue Matches zu sammeln, mit anderen Mädels zu schreiben, also dir quasi mehr Möglichkeiten zu verschaffen und dich sofort auf eine einschießt, wird das meist nicht klappen. Aus diversen Gründen haben wir ein separates Video zugemacht. Das können wir nochmal verlinken. Also zum Beispiel dann die Anzeichen, warum sie mit dir Spielchen spielt. Das findest du unterhalb der Profilbeschreibung. Und ein großer Themenbereich da ist, du schießt dich zu schnell auf eine ein. Schaff dir mehr Möglichkeiten, mehr Matches, mehr Chats und mach dir ein paar Dates aus, weil die erstbeste ist meist sowieso nicht die richtige und auch die, die dir am ersten Blick im Online-Dating am besten gefällt, ja weißt was, die hat auch am meisten Auswahl. Deswegen fokussier dich nicht zu schnell auf einen Chat, auf ein Profil, sondern schaff dir mehrere Möglichkeiten und mach dir mehrere Dates aus und du wirst überrascht sein, die meisten, die dann in eine Beziehung kommen, die meisten Konstellationen, die meisten Matches. Da ist entweder er oder sie jemand, die am Anfang gesagt hat, ja ob mich das Match, ob mich diese Profilfotos, ob mich das, was ich da gelesen habe, so vom Hocker haut, weiß ich nicht, aber ich treffe mich jetzt trotzdem mal mit der Person. Und im echten Leben hat es dann super funktioniert, weil man sich sympathisch ist, weil man sich attraktiv findet, weil man im echten Leben nochmal ganz anders wirkt. So, also auch wenn du jetzt nicht der schönste Mann bist auf einem Foto, bei Frauen ist es oftmals auch so, nicht alle Frauen haben immer professionelle Bilder, sondern manchmal sind die besten Mädels diejenigen, die erst auf den zweiten Blick richtig attraktiv werden und das auch im Hinterkopf behalten. Also nicht zu schnell auf ein Profil sich einschießen, nur weil sie super Bilder drin hat, sondern mehr Möglichkeiten schaffen, mehr Matches, mehr Dates und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da die Richtige dabei ist. So haben wir schon x Männern dabei geholfen. Ich weiß nicht, wie viele hundert über Online-Dating eine Partnerin zu finden hier beim Partnerinstitut, weil wir genau dieses Vorgehen mit einer guten Profilgestaltung, mit gutem Chat-System, mit guter Match-Auswahl, mit gutem Matching-Verhalten, all das haben wir eingerichtet, all das haben wir unseren Teilnehmern mitgegeben und dann läuft Online-Dating wie am Schnürchen. Dann wird das irgendwann so einfach, wie sich was bei Amazon zu bestellen. Das klingt komisch, ist aber so. So, wenn du da jetzt tiefer einsteigen möchtest, wenn du sagst, ich hätte gern mal eine Profilberatung, ich will mir mein aktuelles Profil anschauen lassen, ich möchte mal schauen, wo sind die Schwachstellen, was könnte man verbessern, wie könnte ich mehr Matches kriegen, wie könnte ich auf Tinder, Lawu, Parship, Elite-Partner, egal wo du unterwegs bist, mehr Matches und mehr Dates bekommen, dann lege ich dir gerne mal eine kostenlose Beratung ans Herz. Das machen wir dann so, wir machen eine Zoom-Konferenz und schauen uns mal zum Beispiel dein Online-Dating-Profil an, dann gibt dir ein Experte aus unserem Team Tipps mit, wie du dieses Online-Dating-Profil verbessern kannst und wenn du mit uns zusammenarbeiten wollen würdest, könnten wir sogar solche Dinge machen, wie wir machen Fotoshooting mit dir, dass du richtig geile Bilder bekommst. Wir schreiben deine Profilbeschreibungen mit dir anhand deiner Stärken, dass die richtigen Frauen die richtigen Infos von dir bekommen. Wir geben dir unser ganzes Chat-System an die Hand, dass du immer genau weißt, wie komme ich von A nach B, wie wende ich dieses AIDA-Prinzip richtig an und dafür sorgen, dass du einfach über Online-Dating mehr Matches, mehr Dates bekommst, damit da auch bald die richtigen gefunden werden. Natürlich haben wir beim Partnerinstitut auch die Möglichkeit, dir selber Dates zu vermitteln mit Mädels, die sich bei uns eintragen, die mit unserer Hilfe auch einen Partner finden wollen. Auch diese Möglichkeit besteht und einer von diesen Wegen funktioniert immer, dass du zeitnah deine Partnerin findest. Also wenn du es angehen möchtest, dann lege ich dir wärmstens eine kostenlose Beratung bei uns ans Herz. Wie kommst du da hin? Geh auf unsere Homepage www.partnerinstitut.de oder geh über die Profilbeschreibung auf unsere Homepage. Dann findest du den Link dazu. Trag dich ein und dann schauen wir uns dein Online-Dating-Profil mal an oder wie wir dir ansonsten dabei helfen können, die richtige zu finden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, abonnier diesen Kanal, verpass keine weiteren Inhalte mehr von uns und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao, dein Anjan vom Partnerinstitut.